Das Thema hat dich schon. Dann wäre Virus da ein bisschen still. Dann könnte ich ja nicht streamen. Weil der Doc... Der Doc heißt Dr. Träger. Träger? Ach Träger. Ja, der Doc heißt dann Träger. Und der bei Outlast heißt Träger. Träger, Träger! Ich porte mich schon wieder. Ich hab bis... Ich will sehen, wer es ist. Hey Michael! Nein. Wo ist er? Wo ist er? Schleichender bei mir in der Nähe. Ich hab's doch gesagt. Michael oder Freddy. Dann Weißkopfiger. Ach, das wird ne Scheiße. Er ist hier bei der Hütte beim gelben Bagger. Scheiße. Beim gelben Bagger? Beim Haus und beim Bagger. Jetzt hab ich Angst. Hallo? Ich hab ne schöne Taschenlampe. Hm, ne Weckzeugkiste. Warum nicht? Jetzt geht er in den Keller. Wo ist denn der Keller? Äh, da im... Das ist das... Im Haus im Großen. Wo das Auto auch steht. Und ein Jan ist. Hey fuck, geh weg, ey. Scheiße. Ich hab den Chen gleich. Jetzt geht er wieder raus. Alles klar. Er stalkt mich. Aber den Chen zieh ich noch durch. Aber den Chen zieh ich noch durch. Okay, jetzt geht bei mir endlich die Vorwarnung. Schöne Sache. Du darfst mir keine Chance geben. Auch du nicht. Weil ich sage, dass er sich großartig aufladen kann. Müsst dir auch was. Mit bestimmten Maiken mit Dauerstuße. Ah, die Coco war heute beim Zahnarzt-Virus. Okay. Bei mir hat er Zahnfleisch-Reinigung gemacht. Vorletzte Woche. Und äh... Oh, gestern. Oder war das gestern? Das ist gut mit dem Generator. Wir müssen so weitermachen. Hehehehe. Hm. Hm. Hey. Boah, wer hat den letzten Generator gemacht? Hey, hey. Komm mit da. Taschenlampentyp da. Komm mit. Ja, okay. Uh. Oh, oh. Er ist noch nicht von mir. Komm ran, komm. Hilfe. Oh nein, er fährt eine Phobia. Ja. Er hat mich. Das ist ein süßes Perk. Sehr gut. Sehr gut. Wir sind am letzten. Geh mal direkt da. Versuch den Crazy da vom... Ja, ich bin schon auf dem Weg in den hier. Wir versuchen den Generator hier fertig zu machen. Aber doch nicht so. Verdammt. Konzentrier dich doch mal, ey. Er steht grad bei mir. Er steht. Er steht. Er steht. Er geht dahinter an den Felsen. Pass auf. Mann, Mann, Mann. Er haut ab. Warum krieg ich eigentlich 24-7 nur noch Skill-Checks? Soll ich heilen? Kommt er zurück. Ja, ja, Wuske. Komm, komm, komm weg. Sorry, 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 sorry. Konzentrier dich jetzt. Nein. Wie soll ich, wenn ich humpel? Mein ich dich? Mein ihn hier. Am Generator. Nach gefühlt 80 Skill-Checks haben wir uns dann endlich gleich. Sehr gut. Okay, ich geh zum Ausgang. Oh, das ist umgünstig. Hau ab, Michael. Die gucken mir auf. Wo ist denn die Tour? Wo ist das Ding? Jetzt lauf, 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 lauf. Der kommt grad zurück. Ja. Nein, der hat mich nicht mal gehauen, die Sau. Weil sie ist tot. Ja, ja, ja. Hau's ab. Hau's ab. Jetzt hau's ab. Ich bin nicht tot, wenn er mich aufhängt. Das Tor hier oben ist offen. Als ob er nicht geblendet wird. Hau's ab. Ich lege nur. Koko, was hat's denn gegeben am Zahnarzt? Deswegen war's nun da. Also Tor ist offen, ne? Wenn er kommt, ich geh raus. So, in der Nähe von dem Generator hier. Ich bin auch da. Aber ich porte mich. Ach doch, ja. Beat Meister, wie ich mich porte eigentlich. Ja, du lagst schon, ja. Also vorhin in der einen Runde war's schlimm. Jetzt weiß ich nicht. Komm, 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 komm. Raus hier. Alle mal raus hier. Ja, crazy, du musst noch ein bisschen üben. Warum? Ihr habt mich immer abgehangen. Wenn da hängt. Der war immer da. Okay, eine Fünf-Minuten-Runde. Hätte mich hängen lassen sollen. Hätte mich hängen lassen sollen. Besser gewesen. Das sind sehr, sehr wenig Punkte. Sehr, sehr wenig Punkte. Hier hätte ich länger warten sollen, oder was? Ja. Du musst was sagen. Ich bin zufrieden. Oh, schade. Du hast TTG. Befreundliche Grüße. Wir stehen drauf. Wir gehen drauf. Komm, jetzt musst du auch noch was schreiben, crazy. Was? Was muss ich denn schreiben? Ah, ne, guck mal. Wir filmen konnten nicht höher als 2 gehen. Oh, der sieht, wenn er sorgt, die Aura von seinem Überleben 16 Meter von ihm. Oh, man. Okay. Ach, hast du Karies eingefangen? Hast du nicht über die Zähne geputzt? Der ist schon aber wahrscheinlich mit Zucker. Mach ich auch gerne. Oh, ich wollte gerade noch mal schon. Was? Du topfst gerne mit deinen Löchern in den Zähnen. Was? Okay. Okay. Hat's für euch eigentlich heute auch so gerechnet wie hier bei uns unten? Ein bisschen. Minimum. Minimums? Minimums, Bums? Minimums, ja. Minimums. 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 Könnt ihr gleich einladen, spring dran nach einer Runde Und dann spielen wir mal eben ohne dich Jupp Juhu, also ich bin dann weg Ja tschüss, danke dir, tschau Ja, denk dran, morgen Aufnahme, ne? Gut, der ist dann weg Ich hoffe das weiß er Ja, morgen sitzen wir wieder im Teamspeak, Freunde Und nehmen für euch auf Ne, ne, lange Geschichte Als ich 5 oder so war Hä? Du bringst mich gerade voll aus What? Also ich hatte Glück bis Ich hab bis Ja, 16 Uhr ungefähr Fängt dann zu regnen, 16,5 So was in der Ecke Weil ich bin um, äh, ich hab um 12 Uhr Aufgenommen, war um 14 Uhr fertig Mit meinem neuen Let's Play, also ich hab zwei Stunden am Stück Aufgenommen Und, ähm, ja Auch schon alles fertig gerendert VAC-Ausschluss haben wir hier vor 391 Tagen Hab's grad auch gesehen Ja, muss ja nicht beim Team sein Ja, muss ja nicht beim Team sein Ich hab einen Ausschluss gehabt Von, ja Das ist Hack Irgendwas, so ein Tool oder ein Programm Was man dann benutzt Ja, ich denke die meisten sind von, äh, GTA Da ging doch eine Zeit lang so vieles schief Wurden ja Leute gebannt, die gar nichts gemacht haben und Gehört da hab ich auch mal was davon Mhm Also, wer mag, kann sich auch, äh, von unserem UNO Das ist auch gerne bei Bob Tracy oder bei der Lieben Prue anschauen Wobei schon, äh, bei den Kanälen lohnt sich auf jeden Fall Da ist bestimmt das eine oder das andere Für den einen oder für den anderen da Also, äh, also da Es ist Kettensägen, Mann Ja, das ist auf jeden Fall nicht Kevin Und da ist die Billy Billy Whisky Billy Whisky Oh, Billy Whisky Ich seh ihn, der ist direkt vor mir Hallo, wie geht's denn so? Haha, Billy Whisky Duuuuut Billy Whisky Oh, Blue hat's erwischt Ja, ich bin selbst schuld Ich hab noch das Totem fertig gemacht Ja, dieses Scheiß lohnt uns Ja, dieses Scheiß lohnt uns Die Punkte Ja, deswegen hat's mich jetzt erwischt Ja, so viel auch nicht, das hat sich jetzt nicht gelohnt Das steht hier neben mir Du, wann wirst du denn das nächste Mal streamen, Dude? Keine Ahnung Wird noch ein bisschen dauern, wahrscheinlich erst nachdem du Besuch hast Ja, ich werde wahrscheinlich diese Woche schon nochmal irgendwie Möchte ich gerne noch einen Stream machen Ja Also Freunde, warten wir's ab Ja Wird nicht spontan sein Wo geht er hin? True, wo geht er hin? True, wo geht er hin? Äh, er ist immer noch da Okay, dann mach ich den Generator Er kommt zu mir hoch Ja, er kämpft Er kämpft natürlich jetzt Ja, erstmal knallen lassen Kämpft er immer noch? Ja Jetzt geht er zum Mähdrescher hoch Ja, hab ich gesehen Oh, da hinten ist noch ein Generator Du? Ja, es ist da Er ist immer noch hier Also, ihr müsst zu zweit kommen Dann wird's klappen, aber sonst nicht Er ist immer noch bei Mähdrescher Ja Er ist aber oben Ja, aber wenn er einfach mit der Kettenkette ein Tgbums Dann ist Feierabend Darf ich knallen lassen? Dann lenke ich ihn kurz ab Ja, versuch mal Aber ich glaub nicht, dass der kommt Jetzt kommt er, er kommt, 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 kommt Ist einer rein Ah, hol sie runter Nein, 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 nein Ja, es macht die Chan kaputt Ich bin zu weit weg, sorry Hol sie runter Ja, hol sie runter Ich bin zu weit weg, bin noch nicht da Siehst du wieder bei mir? Ja, ja, natürlich Er kommt wieder zu mir jetzt, kannst du dich runterholen Jetzt, 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 jetzt Jetzt, 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 jetzt Jetzt, 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 ja Er macht wieder Chan Okay Er kommt zurück Also, haut ab, lieber Oh nein Ja, klar Wie weit kann denn der da durchfahren, hey Ich bin tot Ich bin tot Du drehst doch gerade erst das zweite Mal Ja, aber ich musste schon wigglen Scheiße Also, struggle Scheiße Blut Blut Oh, oh Blut 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 I didn't Don't bring fire I kill you Ne, das war ja, äh, Ahmed Er ist da irgendwo hinten Er ist da irgendwo hinten Scheiß Camper, hey Da wir haben jetzt, äh Ah, Virus, da liegt ein Koffer noch Bei mir, von mir Er ist auf der Mähdrescher Maschine Kann ja sehen, wenn wir da an dem Generator sind Generator? Ja, hier ist ein Generator beim Mähdrescher Bei dem anderen Also, wenn du ihn nicht ziehst, zieht er dich sicher auch nicht Ja, da komm mal hier rüber, Muppet Geh mal ins Haus, ist viel angenehmer Jo, ich komm mit So, da geht wieder rüber Da geht wieder rüber Eine Fischlippengeige Das heißt, der Generator da hinten bei der Holzhütte und der Generator hier haben wir Mühbel Der hat, äh, Ruf einer Krankenschwester auf der 3 Überladen auf der 3 Niemanden tritt im Tod auf der 3 Und Pirscher auf der 3 Ah, der verfolgt ihn, da kann ich am Generator weitermachen Gut, dass ich mal Info kriege Keiner sagt dir ja keiner freiwillig was Manni, ich bin am Laufen Äh, wo bist du gerade? Felix Felix Ja, Felix spielt doch nicht mit Oh, er ist rausgeflogen Nein Nein Wir haben einen fremden Teammate dabei Ah Virus Hast du deine Pille nicht genommen heute Morgen? Ich bin gekommen Ich bin gekommen Hoho Ja, der war bei mir hier oben Geht er hier wahrscheinlich auf den Hügel Ja He Jetzt auf den Hügel Ich bin auf den Hügel Hey Der Teammate hat einen Chen schon über die Hälfte durch Oh, wow Heißt, Schock Oh, wow Ah Ah Wehe Sie, sieht zwar dir aus? Ja, schaut gar nicht so schlecht aus Mann, 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 Mann. Ja, Felix. Aber Pru ist schon tot, ja. Er steht am Mähdrescher oben. Hat dich nicht gesehen. Mann, schock mich nicht, du... Oh. Hallo, Marie. Mein Generator war fast fertig. Äh, Pru, wie sieht's am Endfuss? Äh, der andere hat gleich den Chen fertig, der Teammate. Aber, oh, 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 ich weiß nicht, doch, er zieht durch, er zieht durch, ja. Aber er hat jetzt auch den Killermarsch. Mach ich meinen Generator, vielleicht schaff ich den, ja? Du, äh, äh, crazy suchen, Ausgang, 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 Ausgang. Fertig mit den Endfuss. Such, mach. Okay. Oh, nö. Der wird ja wahrscheinlich jetzt auch abkämpfen. Der liegt eigentlich noch. Machen wir lieber die Tür auf. Ey, wer hat denn auch für Schulter jetzt? Der liegt nicht mehr. Der ist blöd, der macht Fluchtversuch. Wow. Ich wusste auch, der hat mich in ein Dings runtergemöppelt. Ey, boah. Das ist doch so ein Moppelkäse, ey. Ei, 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 ei. Anstrengend, anstrengend, anstrengend. Aber tut man nicht alles. 12.000, was haben wir denn? Waffelmaker heißt der Killer. Und hat ein privates Profil. Kann man natürlich jetzt nicht einsehen. Äh, nicht verlassen. So, der ist vom Wagen runter. Ja, okay, haltet er auf. Der andere Ausgang ist offen. Ja, der rennt, der rennt zum anderen Tor. Nee, rennt er nicht. Doch, das ist links von ihm. Ja, er geht aber rechts vorzunehmen. Ja, dann will er die Kiste, oder was? Wo geht denn der hin? Doch, die Kiste. Du musst dann erstmal hier abhängen, Tracy. Links rum, genau. Renn da ruhig weiter rum. Vielleicht suchst du den Ausgang, der, äh. Es ist bei ihm in der Nähe. Nein, hier nicht. Er verfolgt ihn jetzt. Nee, doch nicht. Er fährt zu dem anderen Ausgang. Der, der offen ist, ja. Genau, da ist er jetzt. Und da ist auch der Killer. Ja, er geht raus. So raus. Ah, das können wir natürlich nicht sehen, was der Killer macht. Kacke. Hier, stopp, stopp. Ist nicht die, die Luke, was hab ich jetzt, weil jetzt bin ich nicht sicher. Doch, hier, hier, die Luke, die Luke. Das war mir jetzt, ich hätte die Klappe gehört. Ja, ja, geil. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Hättet sich mal. Haha, best connected. Ah, was denn lauf, Alter. Marco, ich bin jetzt in Ordnung.